Ashley Zuckermann ist ein australischer Schauspieler US-amerikanischer Herkunft, der vor allem als Darsteller in Fernsehserien bekannt wurde. Karriere Er wuchs ab seinem zweiten Lebensjahr in Melbourne, Victoria auf. Seine Schulausbildung erhielt er am Wesley College in Melbourne und am Glen Waverley Campus. Anschließend besuchte er das Victorian College of All Arts, wo er als Schauspieler ausgebildet wurde. Seine berufliche Karriere als Schauspieler begann er 2006 mit einem Engagement am Theater. Sein Debüt als Schauspieler gab er in der Dramaserie R.U.S.H., in der er von 2008 bis 2011 als Senior Constable Michael Sandrally zu sehen war. Weitere Rollen hatte er 2010 in der Miniserie The Pacific, den Serien Lowdown, This Lab, Nur eine Ohrfeige, Terranova, MR und MRS-Mörder und Underbelly, Squissy. Eine größere Rolle übernahm Zuckermann 2010 im Thriller Blame, der unter anderem bei den internationalen Filmfestspielen von Cannes, beim Toronto und beim Chicago International Film Festival gezeigt wurde. Seine Rolle des Anthony gehört einer Gruppe von fünf Jugendlichen an, die dem Musiklehrer Bernhard die Schuld am Selbstmord ihrer Freundin geben und ihn dafür ermorden wollen. Filmografie, 2008 zu 2011, R.U.S.H., 2010, The Pacific, 2010, Lowdown, 2010, Blame, 2011, The Crimson Room, 2011, This Lab, Nur eine Ohrfeige, 2011, Terranova, 2013, MR und MRS-Mörder, 2013, Underbelly, Squissy, 2014, The Code, 2015, Childhoods End.